Ja, es ist schön, wieder mal hier zu stehen, mit euch ein paar Dinge zu teilen, wo ich hoffe, dass sie auch eine gewisse Relevanz für dich haben. Die Predigt oder den Gottesdienst heute, könnte man sagen, er ist so herausfordernd und dann mit einer ermutigenden, inspirierenden Auflösung. Das wäre so der Plan. Ich hoffe, ihr erlebt das auch so. Ja, wir sind beim dritten Haar, bei der Hand, Annette hat es schon gesagt, angekommen. Schaut mal eure Hände an. Wozu hat Gott uns Hände gegeben? Zum Schaffen, genau. Und was sollen wir schaffen? Etwas Gutes, oder? Wir sollen etwas Gutes schaffen. Dafür haben wir eigentlich Hände. Wir sollen nicht Fäuste machen und untereinander die Köpfe einschlagen, sondern Gott hat uns Hände gegeben, um etwas Gutes zu schaffen. Das wäre der Plan. Und das sieht man so schön, die Hände auf diesem Bild, auf diesem Boot, das wir da auf unserer Serie haben, hier mal ein bisschen größer, wo so der Fokus drauf liegt, auf diesem Deck, in diesem Sturm, seht ihr da irgendjemand, der eine Zigarette raucht, der im Liegestuhl sitzt, der die Sonne genießt oder irgendwie die Schifffahrt genießt? Niemand. Alle sind am Handanlegen. Es wird jeder gebraucht. Es gibt keiner, der zurücklehnt. Alle werden gebraucht. Übrigens, das Bild ist mit KI erstellt. Und ihr merkt, KI ist nicht perfekt. Habt ihr euch die vorderen Segel mal angeschaut, wie die aufhören oben. Das geht irgendwo, hört das einfach irgendwo auf. Aufgehört zu rechnen. Genau. Also, auf Deck und werden alle gebraucht. Und dieses Boot, dieses Schiff ist ja ein Bild für unser Lebensboot, unser Lebensschiff, das immer wieder mal in Stürme kommt. Manchmal mehr, als dass uns das lieb ist. Und hier gilt es, Hand anzulegen. Und wir sind ja unterwegs mit diesem Anker. Freude haben wir begonnen, Relevanz und dann geht es weiter mit Orientierung und Heiligung im Sturm. Also, dem Handeln kommt in den Stürmen des Lebens eine relevante Bedeutung zu. Das Hirn, mit dem wir uns schon beschäftigt haben, die Gedanken, das Herz, das ist nicht einfach nur da, dass es uns gut geht, sondern es will uns ins Handeln bringen. Und auch das Handeln soll uns in diesen Stürmen eben Stabilität, Sicherheit geben, einen Anker sein. Und wir können mit gutem Recht, glaube ich, sagen, mit guter Überzeugung sagen, das Reich Gottes und jetzt wir als Kirche hier, als Verkörperung des Reich Gottes in dieser Welt, sollen gerade auch in den Stürmen dieser Welt eben nicht zurücklehnen, den Liegestuhl nach vorne holen, einfach genießen, was es rauszuholen gibt aus dem Leben, sondern wir sollen Reich Gottes gestalten, aufbauen. Und ich habe euch zwei Bilder, eines, das das Reich Gottes eben nicht ausdrückt und eines, das in meinen Augen das Reich Gottes sehr gut ausdrückt. Das erste Bild ist das Olympiastadion in Paris. Und in diesem Stadion hat es ganz viele Zuschauer, viele, viele, viele Zuschauer und ganz, ganz, ganz wenige, die unten den Kampf ihres Lebens kämpfen, jahrelang trainiert, die kämpfen und legen Hand an und alle oben genießen es und staunen da herunter, sind Zuschauer. Das Reich Gottes ist nicht ein Olympiastadion, wo ganz viele zuschauen und ganz wenige den Kampfkämpfen ihres Lebens. Das Reich Gottes gleicht vielmehr einer Familie. Was zeichnet eine Familie, eine gesunde Familie aus? Dass jeder in der Familie eine Mitverantwortung trägt, dass er mit diese Familie mitgestaltet, dass er dabei ist, dass er mit seinen Gaben, mit seinen Möglichkeiten einen Beitrag leistet, dass diese Familie funktioniert. Und ich glaube, dieses Bild verkörpert sehr schön, was das Reich Gottes ist, was unsere Aufgabe als Kirche ist. Wir sind eingeladen, mit Hand anzulegen, wir sind eingeladen, mitzugestalten und Paulus sagt das mal sehr schön den Korinthern, Kapitel 3, Vers 5, wo er sagt, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir legen mit Gott Hand an und damit meint er nicht, wir sind irgendwie so unbedeutende Zubringer, so ein bisschen Handlanger, sondern in diesem Wort Mitarbeiter steckt das griechische Wort Synergos und da hört man schon Synergos, da hört man das Wort Synergie. Also er meint damit, dass wir, ja, dass da Gott ist und dass da wir sind und dass da der Mensch und das Gott mit Gott zusammen eine Synergie bilden und miteinander eben Hand anlegen, miteinander etwas gestalten, das relevant ist. Gott könnte das ja auch alles alleine tun. Er könnte sein Reich alleine bauen, ohne uns. Easy. Er hat die Welt auch alleine geschaffen, ohne uns. Aber er möchte sein Reich nicht alleine gestalten. Warum auch immer er sich dazu entschieden hat, er hat es getan. Und er sieht uns als seine Mitarbeiter, als seine Synergos, als die, die mit ihm zusammen etwas Relevantes tun in dieser Welt. Und darum gibt es im Reich Gottes keine Arbeitslosenkasse. Es gibt 0% Arbeitslosigkeit im Reich Gottes. 0%. Es gibt keine Zuschauer im Reich Gottes. Alle sind eingeladen, Synergos zu sein. Mit Gott zusammen etwas Relevantes in dieser Welt zu tun. Und Jesus sagt ja, oder bringt das den Jüngern mal so bei, dass er mal sagt, in Johannes 8, 12, ich bin das Licht der Welt. Da stimmen wir ihm alle zu. Ja, genau, Jesus, du bist das Licht der Welt. Und irgendwann an einem anderen Ort sagt er dann plötzlich, ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke, euer Handeln, und euren Vater im Himmel preisen, eure Hände sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen, das Handeln und euren Vater im Himmel preisen. Und nicht genug, er doppelt gleich noch nach Jesus und sagt praktisch das Gleiche mit einem anderen Bild, mit dem Bild vom Salz. Ihr seid das Hals der Erde. Und wir merken, Gott gibt uns Menschen, Gott gibt dir eine unglaublich, unfassbare, große Bedeutung in seinem Reich. Wir sind nichts weniger, als dazu berufen, Licht und Salz in dieser Welt zu sein. Und Jesus legt dann nochmals eine Schippe obendrauf. Und sagt dann irgendwann mal noch im Johannes Kapitel 14, Vers 12, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, also wer an mich glaubt, also nicht nur auf die Apostel, die an ihn glauben, oder die ersten Christen, die an ihn glauben, sondern ganz allgemein, wer an mich glaubt, und glaubst du an Jesus, dann gilt das Folgende jetzt für dich, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird Größeres als dieses tun, denn ich gehe zum Vater. Eine unglaubliche Aussage. Ich verstehe sie bis heute nicht. Aber offenbar ist es das, was Gott sieht über uns und das, was er tun möchte. Zweifelt noch jemand daran, dass wir irgendwie relevant, nicht relevant sind im Reich Gottes? Wie gesagt, es gibt keine Arbeitslosigkeit, 0,00%, sondern jeder Nachfolger, jede Nachfolgerin, du und ich, wir sind berufen, relevant zu sein in dieser Welt. Gott will durch dich und mich einen Unterschied ausmachen. Er will es nicht alleine tun, nochmals, sondern mit dir zusammen. In einer Reich Gottesfamilie, wo jeder ein Stück der Verantwortung mitträgt, mit Hand anlegt, mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Gaben. Nicht Gott selber macht es. Er hat es auch nicht den Engeln delegiert. Nicht die Engel werden das Reich Gottes aufbauen. Sondern wir sind das Salz dieser Erde mit Gott zusammen. Wir sind das Licht dieser Erde mit Gott zusammen. Und das kann ja wirklich nichts anderes bedeuten, als dass wir eine relevante, bedeutungsvolle Aufgabe haben als Kirche zusammen. Stimmt's? Und wenn du mir bis hierher zugestimmt hast, dann stellen sich natürlich in Anbetracht dieser Herausforderung, dieser hohen Berufung, die wir haben, ein paar Fragen. Und ich glaube, das Erste, was wir sehen, dürfen, sehen sollen, ist, dass das typisch Jesus ist. Jesus ist der, der seinen Leuten, seinen Jüngern die Arme auf die Schulter legt. Er ist der, der für seine Jünger sorgt, der sie tröstet, der ihnen hilft, der ihnen zur Seite steht, der ihnen Frieden schenkt, immer wieder aufs Neue. Und gleichzeitig ist es auch derselbe Jesus, der seine Nachfolger immer wieder gerne herausfordert. Der einen Schritt fordert, der Mut braucht. Und es gibt viele schöne Beispiele, wie Jesus das macht mit seinen Jüngern. Eines möchte ich mich mit euch jetzt teilen, wo Jesus so einen richtigen Challenge macht mit seinen Jüngern. Ihr kennt alle, oder die meisten von uns kennen die Geschichte, wo Jesus da auf dem Feld weit draußen ist. Eine Riesenmenge von Leuten ist nach draußen gekommen, sie wollen Jesus hören. Die Bibel spricht von 5000 Männern und da kommen noch die Frauen dazu und die Kinder. Also eine Riesenmenge. Also fast ein Olympiastadion voll, nicht ganz, genau. Riesenmenge. Und die Jünger, die realisieren so dann gegen Ende des Tages, uiuiui, die Leute, die haben ja Hunger. Was machen wir? Und sie sind, ja, sie sind da auf Zack und sagen, Jesus, du, Jesus, ich glaube, es wäre mal gut, du machst mal eine Pause und wir schicken die Leute in die Dörfer und dann sollen sie dann Essen kaufen und sich wieder stärken. Und dann, ja, dann hat Jesus nicht gesagt, ja, genau so machen wir es. Guter Vorschlag. Machen wir genau so. Was sagt Jesus in diese Situation hinein? Nein, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Paff. Gebt ihr ihnen zu essen. Legt ihr Hand an. Übernehmt ihr jetzt Verantwortung. Und dann gingen sie und kratzten das zusammen, was sie, das Menschenmögliche, kratzen sie zusammen, die fünf Brote und die zwei Fische. Stellt euch mal vor, diese Körbe mit fünf Broten, zwei Fischen und eine Riesenmenge von Leuten, die Hunger hat. Eine Unmöglichkeit. Aber sie haben es gemacht. Sie haben das Wenige zusammengekratzt. Was haben sie damit gemacht? Sie haben es zu Jesus gebracht. Und was hat Jesus damit gemacht? Er hat seinem himmlischen Vater im Himmel gedankt dafür. Wir merken, hier geht das Miteinander von diesem Mensch und Gott. Und es fängt sich an zu vermehren. Sie fangen an, das Essen auszuteilen. Und alle haben schlussendlich genug. Genug an leiblicher Nahrung. Aber sie haben auch genug an seelischer Nahrung bekommen an diesem Tag. Gebt ihr ihnen zu essen. Ihr seid berufen, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Das führt mich zur Frage, vielleicht auch dich, wie siehst du dich in diesem Zusammenspiel, in dieser Synergie von Gott und Mensch? Siehst du diese Berufung über deinem Leben, einen Unterschied auszumachen in dieser Welt, an diesem Ort, wo du unterwegs bist in deinem Leben? Sehe ich mich als vollwertigen Synergos, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin Gottes? Ihr glaubt nicht, wie oft ich schon zu Ohren bekommen habe, eins zu eins, von Gesicht zu Gesicht, weißt du, Roger, ich bin nicht so wichtig. Ich kann nicht viel beitragen. Ich bin nur eine kleine, unbedeutende Nummer. Weißt du was? Das ist genau das hundertprozentige Gegenteil von dem, was Gott dir zuspricht. Du hast Bedeutung und Relevanz für diese Welt. Eine Bedeutung, eine Relevanz, die Gott sei Dank nicht von uns selber kommt, sondern die von Gott kommt. Ja, es stimmt vielleicht, du kannst nicht viel beitragen. Fünf Brote, zwei Fische, das war nicht gerade viel. Aber sie haben es beigetragen. Sie waren bereit, das zusammenzukratzen, zu sammeln und es Jesus zu geben und darauf zu vertrauen, dass etwas daraus geschieht. Und das ist so, so läuft Reich Gottes. Wir bringen das Wenige, das wir haben, vertrauensvoll vor Jesus und wir vertrauen darauf, dass Gott, der Vater im Himmel, etwas daraus macht, sein Reich gestaltet. Er macht aus dem Wenigen etwas Reich Gottes Taugliches. Und ich hätte einen Vorschlag heute Morgen an euch alle. Immer, wenn jemand in der Gemeinde zu dem Satz ausholt, ach, ich bin nicht so wichtig, mein Beitrag ist nicht so wichtig, ich bin nicht so begabt, was will er Gott mit mir anstellen? Dass ich dir tief in die Augen schauen darf und dann sage ich, aber... Und du sagst mir dann, aber Gott will, dass ich mit diesem Wenigen, dass mit diesem Wenigen ein Unterschied geschieht. Er will mit diesem Wenigen diese Welt verändern, Menschen verändern, Leben verändern. Er will mit diesem Wenigen in deinem Umfeld wirken. Das ist das Geheimnis vom Reich Gottes. Jesus sagte mal, das Reich Gottes ist wie ein kleiner Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert. Am anderen Ort lesen wir, dass der Heilige Geist, der ist nicht einfach wie eine Bombe, der einschlägt, sondern ist oft ein Säuseln, ein säuselnder Wind. Etwas ganz Leises, etwas ganz Ruhiges, etwas ganz Verstecktes. Wir könnten jetzt noch ganz viele Beispiele miteinander anschauen, wie Jesus das meint, wie Jesus da mit Menschen unterwegs ist, mit Jüngern unterwegs ist. Im Vorbereitungsteam haben wir gesagt, viel besser ist eigentlich, wenn wir einander erzählen, wie wir heute das erleben, wie Gott uns braucht oder wie wir einfach auch relevant hineinwirken, wie wir Reich Gottes gestalten. Dort, wo wir leben, am Arbeitsplatz, in der Familie, wo wir unterwegs sind und wo wir solche Momente haben, wo wir denken, hey, hier gehen wir dieser Berufung nach, die wir haben.